Ja, ich möchte Sie sehr, sehr herzlich willkommen heißen zur Sustainable Week hier am FHU Oberösterreich Campus Wales. Mein Name ist Ottmar Högling, ich bin der Studiengangsleiter Lebensmittel, Technologie und Ernährung. Und ich möchte vielleicht vorab ein paar organisatorische Dinge sagen, dass jetzt diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Aber es werden alle personenbezogenen Daten, werden also auch entsprechend entfernt. Und es gibt also dann auch am Ende der beiden Präsentationen auch die Möglichkeit, also Fragen zu stellen. Und diese können Sie dann im Chat stellen und diese Fragen werden dann sozusagen für uns weitergeleitet. Ganz wichtig ist einfach zu sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit bei uns am Campus also eine ganz große Rolle spielt. Und dahingehend möchte ich also dann auch beginnen meine Präsentation. Vielleicht gleich einmal einen Hinweis auf das nächste Thema, das wird Kunststoffe sein und Kunststoffrecycling. Aber heute möchte ich Sie ein bisschen so Ideen bringen, wie sich Lebensmittel der Zukunft entwickeln werden, wie Klimawandel, gesellschaftliche Trends und Bevölkerungsstrukturen darauf Einfluss haben. Vielleicht, wenn man sich das erste Bild anschaut, dann sehen Sie also Folgendes, dass man auch Ernährung im Zeitalter einteilen kann. Und zwar man kann sagen, es gab eine Zeit der Jäger und Sammler, es gab eine Zeit Ackerbau und Viehzucht, es gab eine Zeit der industriellen Revolution. Und wenn Sie dann schauen, wie haben sich Lebensmittel verändert, dann sehen Sie sehr wohl optisch. Optisch, aber im Prinzip im Inhalt sind sie gleich geblieben. Also man hat auch früher Fleisch gegessen, man hat Früchte gegessen, man hat Fisch gegessen. Aber das, was wir sozusagen getan haben, wir haben diese prozessiert und natürlich ganz anders verpackt. Und jetzt möchte ich mit Ihnen einfach ein paar Themen angehen, wie wird, wohin wird sich sozusagen die Lebensmitteltechnologie zukünftig entwickeln? Welche Faktoren beeinflusst das eigentlich? Und ein ganz wesentlicher davon sind die gesellschaftlichen, die technischen, die ökonomischen und die ökologischen Entwicklungen, die da Einfluss haben. Ich möchte es anhand von ein paar Beispielen erzählen, aber Ihnen auch noch einmal mit diesem Bild zeigen, sozusagen wir werden auch in Zukunft das essen, was wir heute essen, nur es wird ganz einfach anders hergestellt werden, prozessiert werden, zusammengesetzt werden, aber es werden Kohlenhydrate, Proteine und Fette sein. Und das können Sie sehr schön an diesem Bild nehmen, das ist auch Wikipedia, die ich kopiert habe. Sie sehen, auch die Römer haben Salate gegessen, Kichererbsen gegessen, Rindfleisch gegessen, Quitten gegessen, Apfelsorten gegessen. Es war also im Prinzip sehr, sehr ähnlich, wie wir es heute haben, aber die Form und Darreichung natürlich eine ganz andere. Schauen wir uns einmal an, welche Trends oder welche gesellschaftlichen Trends eine Rolle spielen. Nehmen wir den ersten her. Der erste ist mehr oder minder der weltweite Anstieg von Fettleibigkeit. Aus dem letzten Ernährungsbericht Österreich ist es so, dass wir circa 41 Prozent in der Bevölkerung haben, die Probleme mit dem Gewicht haben. Und daraus entwickelt natürlich auch die Lebensmittelindustrie entsprechende Produkte, also entsprechende Leitprodukte. Die kennen wir zum Beispiel mit weniger Zucker. Ob Sie deshalb wirklich weniger Kilokalorien haben und deshalb zur Abnahme führen, das sei dahingestellt. Aber Sie sehen ganz einfach, dass ein gewisser Trend dazu führt, dass neue Produkte entstehen. Oder auch zum Beispiel gewisse Aspekte, Sie kennen glutenfreie Produkte, die haben sich ganz einfach daraus entwickelt, weil man gesagt hat, Produkte aus Weizen sind problematisch. Man muss sehr kurz sagen, Gluten ist gerade für eine kleine Bevölkerungsgruppe ein Problem, aber prinzipiell natürlich kein Thema. Schauen wir uns an, welche anderen Aspekte wichtig sind. Also was führt dazu, dass sich andere Punkte entwickeln? Das ist die Bevölkerungsstruktur. Im Endeffekt ist es so, dass die Bevölkerung, sie wird immer älter. Wir haben eine ältere Bevölkerung. Das heißt also auch, dass man hier sehr viele Produkte entwickeln wird, die diesen spezifischen Ernährungsbedürfnissen angepasst sind. Das heißt also ganz einfach angereichert mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, weil das oft ein Mangel in der älteren Bevölkerung ist. Sie sehen auch zum Beispiel, dass sich unser Verhalten, wo wir wohnen, Einfluss hat. Wir leben heute alle sehr konzentriert in Ballungszentren. Und das bedeutet ganz einfach, dass wir natürlich auch Convenience-Produkte brauchen und man braucht sich hier, also es wird sich auch hier ganz klar zeigen, dass diese Convenience-Produkte auch in Zukunft stark forciert werden, weil wir einfach uns in den Ballungszentren konzentrieren. Und dann gibt es natürlich auch andere gesellschaftliche Trends, wie vegane Ernährung, vegetarische Ernährung. Auch die hat natürlich einen ganz wesentlichen Einfluss, wie sich unsere Produkte zukünftig entwickeln. Das waren sozusagen gesellschaftliche Trends. Ich werde dann später immer ein paar Beispiele bringen, ein bisschen im Detail. Und dann haben wir sozusagen ökologische Trends. Bei den ökologischen Trends ist es im Endeffekt so, dass natürlich der Klimawandel uns ganz einfach dazu zwingen wird, gewisse Dinge zu ändern. Aber er wird uns auch dazu zwingen, gewisse Technologien anzunehmen, über die ich auch später dann reden werde. Es ist hier immer die Frage, wie viel Prozent machen Lebensmittel im Klimawandel aus? Die Zahlen sind durchaus unterschiedlich. 30 Prozent, 25 Prozent, 20 Prozent. Aber es ist ein nicht unwesentlicher Anteil. Das wird auch dazu führen, dass wir sozusagen auch die Nutzpflanzen einschränken werden. Auch das werde ich später ein bisschen genauer erläutern. Und dann gibt es noch etwas, was auch die Lebensmittelindustrie sehr stark beeinflussen wird. Das sind Themen der Globalisierung. Das sind Themen der Konzentration im Lebensmittelhandel. Globalisierung bedeutet, ich kann faktisch alles zu jeder Zeit haben. Und Konzentrierung im Lebensmittelhandel bedeutet eigentlich, dass sehr wenige Menschen auch entscheiden, was wir sozusagen zum Essen bekommen. Wenn man sich jetzt ein bisschen in die nächsten Jahre hineinschaut und darüber wird mein Kollege im Detail sprechen. Wir haben auch hier in Wels ein Kompetenzzentrum, das wir kurz FOXI bezeichnet. Dann sehen wir ganz einfach, die Entwicklung des Forschungsprogramms ist im Endeffekt pflanzliche Lebensmittel, tierische Lebensmittel. Sie sehen, das ändert sich im Prinzip nicht. Dort, wo man natürlich schon Änderungen sieht, das ist zum Beispiel, dass man sehr viel Mehrwert auf Pflanzenproduktion, dass man natürlich auch versucht, den Pflanzenschutzpässe in den Griff zu kriegen. Einfach das Schlagwort, weniger Pestizide, Herbizide einzusetzen, dass man auch versucht, das Qualitätsmanagement am Feld zu verbessern und natürlich auch die Lebensmittelverarbeitung. Und das werden Sie dann auch sehen. Ein ganz wichtiges Thema im ganzen Vortrag ist, wie wirken sich dann diese Technologien aus? Umgekehrt ist es also hier, dass also einfach auch die Tierernährung ein wichtiges Thema wird. Die Tierernährung hat einen ganz wesentlichen Einflug auf die Qualität, die Tiergesundheit. Auch da schaut man einfach, dass man von Antibiotika wegkommt und sich das einfach in eine bessere Richtung entwickelt. Aber auch da sehen Sie, wir werden Milch und Fleischprodukte auch in Zukunft essen. Das war so ein ganz kleiner Ausblick in die nächsten paar Jahre. Das können wir gut voraussehen, weil wir ja da mittens drinnen sind. Aber ich möchte es einfach mit Ihnen versuchen, einfach einen Weg zu gehen in die nächsten Jahrzehnte. Also wenn wir mal schauen, was könnte es sein im Jahr 2070? Also schauen wir mal 20, 50 Jahre voraus und dann sehen wir, wie werden sich Rohstoffe entwickeln? Wie werden sich Technologien entwickeln? Wie wird Gesundheit, Demografie und so weiter, also entsprechenden Einfluss auf Lebensmittel haben? Ich kann natürlich da nur gewisse Prognosen stellen. Und eine Prognose ist, es wird sich auch die Rohstoffvielfalt weiter reduzieren. Und warum haben wir eigentlich so eine Einschränkung in der Rohstoffvielfalt? Das kann man sich auch sehr einfach überlegen. Und zwar, es gibt im Prinzip zwei wesentliche Gründe. Das eine ist wirtschaftliche Gründe. Ein Lebensmittel sollte einfach so billig wie möglich sein. Und das heißt ganz einfach, die Lebensmittelpreise haben darauf einen ganz wesentlichen Einfluss. Wenn ich etwas sehr großflächig anbaue, dann ist es ganz einfach so, dass das auch weniger kostet. Ich habe weniger Bewirtschaftung und so weiter. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber, dass sich Technologien weiterentwickeln. Das heißt, ich kann aus einem Rohstoff aufgrund von verschiedenen Technologien wesentlich mehr machen. Das sehen Sie hier im Beispiel Weizen. Sie können Brot, Gepäck, Kuchen, aber auch Bier machen. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, dass der Klimawandel und auch die modernen molekularbiologischen Methoden da massiv eingreifen werden und zu diesen Veränderungen führen. Aber wir werden auch was anderes machen. Wir werden diese Rohstoffe spezifisch nutzen. Das heißt, man wird also versuchen, aus diesen Rohstoffen das herauszuholen, was unsere Gesundheit gut tut. Zum Beispiel bioaktive Peptide aus der Milch für Blutdruck. Oder es wird natürlich auch die Gentechnologie Einzug halten. Das muss man ganz klar sagen. Das ist bereits lange im Laufen. Sie sehen hier Zahlen aus dem Jahr 2014. Damals haben sie schon 13 Prozent der Ackeranbauflächen mit genetisch modifizierten Mikroorganismen. Das hat sich verstärkt und wird sich weiter verstärken. Und da gibt es einfach zwei Richtungen. Das eine ist landwirtschaftliche Merkmale. Das heißt, man wird auf Dinge wie Trockenheit reagieren müssen. Und es werden physiologische Veränderungen sein. Zum Beispiel Golden Rice oder Anti-March-Tomaten. Das heißt, wo ich versuche, die Haltbarkeit zu verbessern. Wo ich versuche, bestimmte Nährstoffprofile hineinzubringen. Das sind alles Themen, die schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, erforscht werden. Und also auch entsprechend marktreif sind. Aber es wird auch Spezialprodukte geben. Also man muss sich jetzt nicht Sorgen machen, dass man nur mehr Weizen oder Hafer oder Mais isst. Es werden sich gewisse Spezialprodukte natürlich halten. Es werden Nischen vorhanden sein. Das wird in verschiedenen Bereichen sein. Bei Getreide, bei Ölsaaten oder zum Beispiel bei bestimmten Superfoods, wo man das einfach auch entsprechend anbauen wird. Natürlich nicht alles bei uns, aber weltweit gesehen sehr wohl. Und dann kommen immer zwei wichtige Themen daher. Und diese wichtigen Themen, das sind das Thema Insekten. Das geistert sozusagen auch durch die Landschaft. Man muss sagen, Insekten an und für sich haben ein sehr gutes ernährungsphysiologisches Profil. Die enthalten Proteine, gute Fette, enthalten auch Vitamine, Mineralstoffe. Man kann sie relativ günstig züchten. Aber, der Punkt ist das Aber, man muss sagen, wir sind keine Insektenesser in unserer Region. Wir werden diese Insekten nicht direkt essen, außer ich sage für bestimmte Partys, Snacks und so weiter, wird man das also zu sich nehmen. Aber wo werden sie sicher im größeren Stil eingesetzt? Und das passiert auch bereits. Das ist zum Beispiel in der Fischzucht, in der Garnelenzucht, also wo man dann das Fischmehl ersetzen wird. Und entsprechend Insekten bereits jetzt einsetzt. Aber die großtechnischen Anlagen, die entstehen also gerade zurzeit. Also wie gesagt, Insekten ein Thema, aber weniger direkt, sondern indirekt für Fischfutter, Garnelen und so weiter. Wie ist das Thema Algen? Das Thema Algen ist auch für sich ein sehr interessantes. Man muss aber auch klar sagen, dass das Thema Algen nur für uns in Europa, wo wir Exoten sind auf dem Gebiet, In asiatischen Ländern sind Algen sozusagen etwas, was man täglich auf den Tisch bekommt. Auch das wird sich in unseren Regionen, wie man sagen, verstärken. Aber der Fokus wird hier eher sein, dass man Algen einsetzt, jetzt nicht als klassisches Lebensmittel, sondern es wird sein, dass man es als Nahrungsergänzungsmittel und so weiter verwendet. Wie wird das sein mit Pilzen? Pilze gewinnen heute an Bedeutung, weil sie natürlich auch sozusagen, manche verwenden es als Fleischersatzprodukte oder andere sagen, es ist überhaupt etwas Neues, was natürlich auch richtig ist. Aber auch Pilze haben eine sehr gute Möglichkeit. Aber es ist natürlich die Zucht und die Bereitstellung relativ aufwendig. Das heißt, diese Dinge werden sicherlich längere Zeit eher in hochwertigen Produkten drinnen zu sein. Aber sie werden sicher verstärkt auch unsere Nahrungspalette verbessern. Was wird noch passieren? Das ist sozusagen, wenn man Richtung Rohstoffe geht, dann werden neue Technologien, werden die Qualität und den Produktionsstandort ändern. Was meine ich damit? Qualität heißt natürlich, dass man mit diesen Technologien, die wir haben, wie zum Beispiel eben die Molekularbiologie, können wir wesentlich gezielter eingreifen und damit auch bestimmte Qualitätsmerkmale, wie zum Beispiel mehr Vitamine, mehr sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter forcieren. Das wird auch passieren. Ich sage nur ein Schlagwort, CRISPR-Technologie. Wir werden auch diese, also man muss auch klar sagen, wir haben diese Dinge früher auch gemacht mit klassischen Züchtungsmethoden auf dem Prinzip Zufall. Das wird man wesentlich gezielter und so weiter durchführen. Aber man wird auch etwas anders passieren. Man wird also sozusagen auch vom Acker weggehen oder vom Tierstahl weggehen. Man wird also Dinge züchten. Das, was der Biotechnolog in Bioreaktoren macht, man wird pflanzliche Zellen züchten, man wird tierische Zellen in Bioreaktoren züchten. Da muss man auch klar sagen, das ist in gewissen Bereichen Längsstand der Technik. Das, was eher das Problem ist, sozusagen das abzuscalen. Darüber werde ich nachher ein bisschen erzählen. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist, wir werden andere Räumlichkeiten nutzen. Das heißt, wir haben heute auch Technologien in der Hand, wie zum Beispiel die LED-Technologie. Die führt uns also ganz einfach dazu, dass wir zum Beispiel auch Innenräume nutzen können. Das ist in anderen Ländern. Ich habe das also gesehen, was wir sehen, Dubai und diesen Ländern längst Stand der Technik. Da gibt es sogar eine eigene Stadt in Abu Dhabi, wo das realisiert worden ist. Das wird sich auch bei uns umsetzen. Das heißt, man wird also mit diesen Technologien auch Wohnräume, aber Büroräumlichkeiten und diese Dinge nutzen. Schauen wir uns ein Beispiel an, in vitro Fleisch. Das ist also etwas, was sozusagen jeder kennt oder gehört hat. Was ist das eigentlich? Im Endeffekt ist es nichts anderes, dass ich also einer Kuh aus einem bestimmten Bereich Zellen entnehme und diese Zellen züchte ich also dann, wie hier dargestellt, in der Petrischale. Natürlich technisch ist das keine kleine Petrischale, sondern ein Bioreaktor. Ein gewisses Händnis, was man momentan noch hat, ist, dass das Serum, was ich benötige, um diese Zellen zu züchten, auch ebenfalls vom Tier kommt. Aber das ist etwas, was man also bereits sehr gute Möglichkeiten gefunden hat, auch zum Beispiel pflanzliche Proteine oder auch pflanzlich orientierte Nährlösungen einzusetzen, um dann diese Zellen, diese Fleischzellen entsprechend zu züchten und anzuwenden. Und man wird dann diese Dinge so weiterverarbeiten zu Muskelfasern und all diesen Dingen in diesen Bioreaktoren. Und da werden Sie dann kaum einen Unterschied merken. Da gibt es heute auch genug Technologien, Extrusionstechnologien, wo Sie das bereits heute sehr gut nachahmen können. Und Sie werden nicht wissen, ist das Stück jetzt von einer Kuh, von einem Huhn oder kommt es aus der Petrischale heraus. Die Technologien sind hier sehr, sehr weit fortgeschritten, um also hier das nachzuahmen. Und dann also entsprechende Produkte wie zum Beispiel einen Hamburger, einen Burger ganz einfach zu machen. Also eine Technologie, man muss auch sagen, die kommt hundertprozentig. Es sind ja die Zulassungen alle gegeben und es gibt eine Menge von Startups, die bereits auf diesem Gebiet arbeiten. Es werden auch andere Technologien in den Lebensmittelbereich verstärkt einziehen, die man sich heute noch gar nicht so bewusst ist, aber schon längst da sind. Also ein Beispiel, Sie sehen hier eine Ketchupflasche und Sie sehen, die fließt nicht aus. Und das ist sozusagen stabilisiert durch Nanopartikel. Und diese Nanopartikel vergeben also einfach diesem Produkt eine Eigenschaft, dass einfach die Viskosität und diese Dinge so verbessert sind, dass das einfach viel besser herausgeht. Oder denken Sie nur an Dinge, jeder kennt das Beispiel eines Joghurtbechers. Was ärgern wir uns immer, dass in diesem Joghurtbecher de facto, in diesem Joghurtbecher eben de facto immer etwas zurückbleibt. Und das ist auch etwas, was man also versucht entsprechend zu lösen. Also Nanotechnologie oder zur Verbesserung zum Beispiel der Aufnahme von Produkten in unseren Verdauungstrakt. Also eine Technologie, die bereits Einzug gehalten hat und sich also auch wesentlich stärker verbreiten wird. Ein anderes Thema ist 3D-Druck. Hier fragt man mich immer, ja was kann man drucken? Und das ist so ein Klassiker. Dort, wo sich diese 3D-Drucksysteme durchsetzen werden, ist genau an diesem Beispiel gezeigt. Im Süßwarenbereich, zum Beispiel Schokoladebereich. Und das ist die einzige Herausforderung, die Sie haben, weil im Endeffekt die Grundtechnologie, wie man druckt, das hat man ja schon längst entwickelt im Bereich Kunststofftechnik, Materialtechnik, ist ganz einfach, dass Sie die Lebensmittel, die Sie de facto drucken, in Ihrer Konsistenz so hinkriegen, so hinkriegen, ganz einfach, dass sie druckbar werden und druckbar sind. Auch das wird sich, Sie sehen diese Drucker hier, die ich da habe, die können Sie also im Internet kaufen und Sie können sich also so kleine Dinge auch bereits heute zu Hause machen. Was wird noch passieren? Es wird, wie ich gesagt habe, das Grundprinzip Lebensmittel, das wird bleiben. Das ist schon allein aufgrund der Physiologie notwendig, aber es werden sich die ganzen verfahrenstechnischen Prozesse verändern. Und diese ganzen verfahrenstechnischen Prozesse, da wird man also viel Technologie hineinsetzen. Wie kann ich zum Beispiel wesentliche Komponenten, die für ein Lebensmittel interessant sind, gerade Richtung Gesundheit, wie kann ich die mit Membrantechnologien zum Beispiel herausholen? Oder wie kann ich zum Beispiel wichtige Dinge mit Extraktionsmethoden herausholen? Oder wie kann ich zum Beispiel Ultraschall einsetzen, um zum Schneiden, zum Emolgieren, man wird neue Emolgiertechniken entwickeln? Da muss man klar sagen, all diese Dinge, die hier stehen, sind im Prinzip in den technischen Ansätzen längst realisiert, werden verwendet und werden also dazu beitragen, dass wir ganz einfach Lebensmittel auch zielgerichteter produzieren können. Ja, man wird sich natürlich auch damit beschäftigen, wie können wir sozusagen ein Lebensmittel minimal prozessieren? Das heißt einfach, wir sagen ja immer, Rohkost ist so wichtig, ist so entscheidend. Aber natürlich, wir haben immer ein kleines Problem, wenn man Dinge prozessiert, dass auch da das Problem auftritt, dass ich Veränderungen herbeiführe. Vitamine werden abgebaut, es bilden sich Produkte, die unangenehmlich sein können und so weiter. Und da eher im positiven Sinne wird man Prozessiertechnologien entwickeln, oder man hat sie bereits, ich sage nur ein Beispiel, High-Pressure-Technologie, wo man also wesentlich schonender pasteurisieren kann, als mit den üblichen Pasteurisierungs- oder Sterilisationsmethoden. Ja, es werden sich neue Garverfahren oder Garverfahren verbessern. Auch diese Sachen sind etwas, was heute verwendet wird. Es wird verbessert werden, weil wir bessere Materialien haben. Man wird also auch Technologien einsetzen, die aus dem Bereich der Reinraumtechnologie kommen, sprich aus dem Bereich der Flugzeugindustrie und so weiter, um also ganz einfach Reinräume zu haben, um sicherer zu sein, um Produkte langlebiger zu machen, wie Schinken, Wurst, Käse. Auch das ist bereits Realität heute, vielleicht noch nicht so weit verbreitet, aber auch das, diese Hygienik-Design-Methoden etablieren sich immer stärker. Wir werden funktionelle Lebensmittel wesentlich stärker verwenden, als wir es heute tun. Sie werden Lebensmittel bekommen, die eher für ihre Herzgesundheit sind, die eher da sind für ihre Augenerkrankungen, die eher da sind für sportorientierte Personen, die eher da sind im Kosmetikbereich. Sie sehen, da gibt es den Bereich Nutrikosmetikbereich und so weiter, die entzündungshemmend sind. Also auch dieses Gebiet wird sich viel, viel stärker entwickeln. Es wird dieser Bereich Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel, auch das ist heute schon ohnehin schwer zu trennen, aber das wird immer mehr miteinander verschwimmen. Ja, man wird auch Technologien stärker forcieren, um eben die Haltbarkeit zu verbessern. Das ist sicher auch ein Trend, der einfach da ist. Das heißt, Produkte länger haltbar zu machen. Auch diese Technologien, da werde ich jetzt nicht ins Detail eingehen, aber es ist im Endeffekt so, all diese Technologien sind heute verfügbar. Sie sind vielleicht heute noch nicht großtechnisch verfügbar, aber sie sind da und sie werden weiterentwickelt, um also einfach auch Lebensmittel sicherer zu machen und länger haltbar zu machen. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den wir ja auch haben, auch wieder Richtung Umweltschutz, wo das ja auch ein Vorteil ist, man die Verschwendung stark reduzieren kann und diese Dinge entsprechend beibehalten kann. Es wird auch diese Technologie, die Biotechnologie, noch stärker in die Lebensmittelproduktion hineinkommen. Auch das hat einen umweltschonenden Aspekt, weil sie natürlich damit oft wesentlich abfallfreier prozessieren können. Und der Punkt ist heute, wir verwenden heute circa 200 Enzyme bereits in der Lebensmitteltechnologie. Das sind also Biokatalysatoren. Aber man wird diese Biokatalysatoren adaptieren. Das heißt, dass sie die auch bei hoher Temperatur verwenden können, dass sie es bei niedriger Temperatur verwenden können, dass sie zum Beispiel bei hoher Konzentration von Salzen verwenden können. Also das wird uns auch wiederum einiges an neuen Möglichkeiten geben, um Produkte anders zu prozessieren. Ein Thema, das auch sehr stark hereinspielt, das ist dieses Thema der Genetik oder das Nutri-Genomik. Was heißt das? Das heißt, das ist nichts anderes, dass wir ganz einfach fähig sein werden, gewisse Voraussagen zu machen, wie wir uns ernähren sollen. Wir kennen, das ist ein großes Problem der Ernährung. Jeder von uns ist ein Individuum, das ganz unterschiedlich auf Ernährung reagiert. Und das macht auch Ernährungsberatung so schwierig, weil jeder hat einen anderen Zuckerstoffwechsel. Sie steigen, der Zucker steigt bei dem einen mehr oder schwächer an. Und diese Dinge versucht man natürlich zu korrelieren wie genetischen Markern. Diese genetischen Marker sind sicher heute noch schwach ausgeprägt, aber da darf man eines nicht vergessen. Es wird auch die Bioinformatik wesentlich verstärkter werden. Und es wird auch in Zukunft, ich sage einfach, ein Szenario voraus. Sie gehen in den Supermarkt, ein Chip liest Ihre genetische Ausstattung und Sie nehmen die entsprechenden Lebensmittel oder kaufen die entsprechend ein. Also auch ein Thema, das ganz einfach nicht aufzuhalten ist, weil einfach die Themen der Molekularbiologie, der Bioinformatik ganz einfach sich stark verbessern. Ich habe Ihnen jetzt einiges gezeigt, wo sich die Welt mehr oder minder hin entwickeln kann. Das ist natürlich eine Prognose, die man so oder so auch jetzt sehen kann. Aber die Frage ist, vielleicht entwickelt sich, und jetzt möchte ich einfach ein bisschen schwenken, ein bisschen nachzudenken, ist das der richtige Weg? Ist das einfach, wird es auch wirklich so kommen? Denn wir haben, muss man klar sagen, auch andere Probleme. Wir haben die Probleme der Überproduktion, wir haben Probleme, dass wir Lebensmittel verschwenden, nicht wertschätzen. Wir haben das große Problem des Klimawandels, den ich nachher noch stärker forcieren werde. Wir haben enorme Gesundheitskosten durch falsche Ernährung. All diese Dinge können natürlich mitgeholfen werden, auch durch moderne Technologien zu verbessern. Wir haben eine extreme Ungleichverteilung von Land und natürlich, wir haben das Problem, ich habe es einfach salopp geschrieben, von Billigsprodukten. Das sind Dinge, die uns alle beeinflussen. Und wenn man sich jetzt diese Frage stellt, wie wird zum Beispiel Klimawandel im ganz großen Stil uns beeinflussen? Auf der einen Seite ist es so, dass wir viele Technologien haben, die uns helfen. Und das ist so ein Szenario, das also sehr häufig zu sehen wird. Was Sie da sehen, das ist die zukünftige Menge an Fleisch, die wir essen werden. Also es sind 14 Gramm Fleisch pro Tag. Das ist sozusagen, wo man sagt, wo wir uns hinbewegen sollten, damit wir uns auch das Klima entsprechend schonen. Und Sie sehen auch eines, das ist so eine Verteilung, hier sagt man 31 Prozent des CO2, das ist auf Ernährung zurückzuführen. Wie ich Ihnen gesagt habe, die Zahlen sind alle ein bisschen variabel, aber die Größenordnung stimmt. Und Sie sehen halt einfach, ein großer Teil entfällt auf Fleisch. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, der einfach kommen wird müssen, dass wir uns eher in diese Richtung entwickeln. Und man muss auch klar sagen, also Richtung mehr Gemüse, mehr Obst. Aber auch das wird sozusagen nicht in dieser Form hier liegen, wie es ist, sondern auch da werden die Technologien eine große Rolle spielen, dass sie eine entsprechend prozessierte Produkte überzuführen. Und man muss auch sagen, das wäre auch ein klarer Weg hin zu einer gesünderen Ernährung, die sich auch sozusagen mit unserer Klimapolitik sehr verträgt. Und Sie sehen auch da, wohin wird uns die Klimapolitik treiben oder das Klima treiben. Sie wird uns de facto unter Anführungszeichen zwingen, unsere Ernährungsweise umzustellen in diese Richtung hier, wo man sagt, okay, die halbe Platte wird Obst und Gemüse sein, der Rest wird also eher Fleisch oder wenig Fleisch dabei sein. Das ist ein der Punkte. Sie wird uns aber auch zwingen, mehr oder minder Technologien anzunehmen. Also es wird auch dieser Weg einfach notwendig sein. Oder ich habe diese Bilder in Tansania gemacht, wie ich vor zwei Jahren war. Vielleicht ist das die Zukunft. Ich werde da jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Aber es sind natürlich ein paar Bilder, die uns nachdenklich machen sollten. Dieses Plastiksackerl ist zufälligerweise dahinten gelegen. Vielleicht eine verwüstete Welt mit Plastik. Vielleicht ist das auch unsere Zukunft, wo wir sozusagen sehr wenig aufgrund mehr anbauen können und natürlich auch durch sehr viel Weidewirtschaft sehr viel vernichten. Vielleicht ist das unsere Zukunft. Ich glaube, wir sollten über diese Dinge sehr, sehr ernst nachzudenken. Und ich denke ganz einfach, und jetzt komme ich schon langsam zum Schluss, wir sollten auch schauen, dass wir die Umweltverschmutzung in den Griff gekriegen. Also das heißt, wo wir einfach schauen, Pestizideinsatz, Herbizideinsatz, aber genauso Antibiotika-Einsatz und so weiter entsprechend reduzieren. Und ich glaube, die Zukunft ist ganz einfach ein Hochseilakt. Es wird also einfach notwendig sein, dass wir sehr vernünftig reagieren. Wir werden Technologien, die ich Ihnen vorgestellt habe, annehmen müssen. Wir werden Technologien nutzen müssen. Wir werden, um also einfach gesunde, klimafreundliche, sichere, auch dieser ganz wichtige Punkt, und auch sozialverträgliche Lebensmittel produzieren zu können. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach, das ist sozusagen jetzt mein Abschluss, dass wir diesen Hochseilakt einfach bestehen, wo wir auch Technologie annehmen und damit diese Art von Lebensmitteln auch zukünftig produzieren können. Damit sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und das war sozusagen mein letztes Bild. Und ich möchte also dann sehr gern auf meinen Kollegen, den Julian Weghuper, überweisen. Der wird Ihnen also ein bisschen mehr Details erzählen, was wir sozusagen in der Forschung hier am Campus Wales machen. Noch einmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, ich darf Sie ebenfalls recht herzlich zur heutigen Veranstaltung begrüßen. und habe die Ehre, dass ich Ihnen einige Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte hier am FH Obelstreich Center of Excellence Lebensmittel, Technologie und Ernährung näher bringen darf, damit Sie ein Gefühl bekommen, was sich hier am Campus abspielt. Wir sind ein Team von knapp 45 Personen, Forscherinnen und Forscher, die in den unterschiedlichen Bereichen in unterschiedlichen Bereichen Forschung betreiben. Das geht von klassischer Lebensmitteltechnologie über zellbiologische und molekularbiologische Themen hin zur analytischen Chemie, insbesondere aber auch zu interdisziplinären Themen und Forschungsgebieten wie etwa Mikroskopie und biophysikalischen Themen. So interdisziplinär wie die Themen sind, sind es auch die Mitarbeiter, die unterschiedliche Backgrounds haben aus der Molekularbiologie, aus der Lebensmitteltechnologie, aus der Mikrobiologie und aus der Chemie, insbesondere der analytischen Chemie. So schaut es bei uns hier aus. Sie sehen hier einen Einblick in unser Analytik-Labor mit unterschiedlichen chromatographischen Technologien, um verschiedenste Substanzen zu identifizieren, qualitativ beziehungsweise auch quantitativ nachzuweisen, beziehungsweise hier Einblicke in unsere Mikroskopie-Facility, wo wir verschiedenste in vitro, also Zellversuche, durchführen können und mit dem Schwerpunkt zelluläre Prozesse zu beschreiben. Hier sehen Sie einen Einblick in unser Mikrobiologie-Labor und Molekularbiologie-Labor, wo ebenfalls in vitro Versuche durchgeführt werden und verschiedenste Mikroorganismen, Bakterien, Schimmelpizze unter kontrollierten Bedingungen untersucht werden können. Zum Thema, wenn man sich mit Nachhaltigkeit und Ernährung beziehungsweise der Ernährung beschäftigt, dann wird man schnell bemerken, dass hier unterschiedlichste Parameter mit reinspielen. Das reicht von so traditionellen kulturellen Parametern wie der Religion, dem Geschlecht, dem Wissen, insbesondere der Bildung. Nur wenn ein entsprechendes Wissen da ist, dann ist man sich auch bewusst, dessen, was man und wie man isst, dann ist das eine ganz wichtige Voraussetzung hinsichtlich der Menge an produzierten und konsumierten Lebensmitteln. Produziert heißt ja, wie wir wissen, nicht konsumiert, sondern es wird viel mehr produziert als konsumiert. Umgekehrt sind wir uns dessen bewusst, wie viele Lebensmittel damit Kalorien wir in welche Form zu uns nehmen. Zuckerreiche und Ernährung, gesättigte Fetze weniger denn ungesättigte etc. Und das ist dann natürlich eng verbunden mit der menschlichen Gesundheit. Wenn die Ernährung schlecht ist, dann hat das immer einen immensen Einfluss auf die Medizin, sprich das Auftreten von Krankheiten und damit verbunden etwa auf dem Alter. Umgekehrt hat man diese Parameter wie den Verbrauch von Wasser, das ist oftmals ein bisschen ein Widerspruch zu den medizinischen Parametern. Wenn Sie denken an so Superfoods wie etwa die Avocado, die als Superfood mit Super-Fettsäurer-Spektrum gezählt wird, gleichzeitig aber extrem hohen Wasserverbrauch hat. Bodennutzung, Landnutzen, damit verbunden die Biodiversität oder die Arten- und Pflanzenvielfalt. Und gleichzeitig muss man Lebensmittel auch verpacken und zusätzlich auch im Idealfall gerecht verteilen. Da spielen dann diese Parameter wie das die Einkommenniveaus der Bevölkerung und auch des Staates. Wie viele Finanzmittel hat der Staat zur Verfügung für die Versorgung seiner Bevölkerung? Sind die Lebensmittel per se leistbar? Das ist ja auch ein sprengender Punkt in Österreich etwa. 20 Prozent der Bevölkerung kann sich Lebensmittel leisten, ohne dass sie darauf schauen muss, wie ohnehin genug Finanzkraft vorhanden ist. Dann 20 Prozent der Bevölkerung muss das billigste kaufen, weil es nicht mehr Geld für hochwertigere Lebensmittel vorhanden ist. Und dann gibt es 60 Prozent der Bevölkerung, die im Prinzip entscheiden kann, gibt sie mehr Geld für Lebensmittel aus oder soll es doch ein teures iPhone sein? Und um diesen großen Kuchen kämpft natürlich auch die Lebensmittelindustrie beziehungsweise insbesondere der Handel. Ja, es gibt, wie Sie sehen, im Plan der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, dieses klassische Farm-to-Fork oder im Fall Farm-to-Table-Modell, also von der Primärproduktion am Feld bis zur Produktion der Lebensmittel, die dann schließlich auf unseren Tellern landen, gibt es unterschiedliche und sehr viele Parameter, die hier hineinspielen. Es gibt, wie Sie sicher wissen, unterschiedliche Initiativen, um das Ernährungssystem nachhaltiger zu machen. Ich habe mir da nur eins kurz rausgesucht, so eine DiPoVec, das ist so eine Institution, eine international tätige Nichtregierungsorganisation mit dem Ziel, das Ernährungssystem nachhaltiger zu gestalten. Basiert auf drei Säulen, wenn man sich das so durchlässt, dann klingt das ja einleuchtend, grundsätzlich den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren und damit auch den CO2-Verbrauch gleichzeitig die Produktion pflanzlicher Lebensmitteln zu fördern. Ja, auch es wird so gegenwärtig wieder mehr gekocht, aber generell gibt es klar den Trend, dass weniger gekocht wird. Und das heißt, insbesondere dann ist es wichtig, dass die Gemeinschaftsverpflegung auch gesünder wird. Wenn man jetzt kurz darauf ein denkt, was den CO2-Bedarf oder die CO2-Produktion bei der Lebensmittelproduktion betrifft, das ist etwa so, Ringfleisch, das hängt dann auch mit dem Punkt zusammen, weniger tierische Produkte für die Produktion von Ringfleisch wird ungefähr 13 Kilo CO2 freigesetzt, bei der Produktion von einem Kilo Getreide ist es unter einem Kilogramm CO2. Natürlich sind pflanzliche Produkte hier viel besser. Das heißt aber nicht zwingend, dass dann pflanzliche oder vegane Produkte gesünder sind. Diese Diskrepanz gibt es immer. Klassiker, diese veganen Burger, wenn ich das hier sehe, veganer Burger, viele davon, sind groß technisch hergestellte Produkte. Wenn man überlegt, welche Zutaten braucht man für Rindfleisch Petti, man braucht genau eins, eine Zutat, Rindfleisch. Für einen veganen Burger braucht man zwischen 20 und 30 Zutaten. Gibt es Beispiele, diese Burger Pettis werden dann in Tschechien produziert, zum Verpacken nach England transportiert und gelangen dann wieder zurück auf den europäischen Markt und trotzdem ist die CO2-Bilanz nur dreimal besser als bei einem regional produzierten Rindfleisch Burger. Das ist wie groß das Potenzial der Einsparung insbesondere von C2-1 noch ist. Anderes Beispiel wäre hier Rotmilch beziehungsweise auch Mandelmilch etwa ist das gleiche gilt als super Ersatz für Kuhmilch. Hingegen wenn man sich überlegt woher kommt diese Mandelmilch kommt aus Kalifornien das ist extrem wasserintensive Landwirtschaft und das Wasser dafür kommt zum großen Teil aus Mexiko und führt dann eben dort zu Versorgungsproblemen sowas kann auch nicht nachhaltig sein Ja wenn vielleicht zum Thema Rindfleisch das klimaschädigendste Produkt das es gibt was glauben es ist nicht Rindfleisch sondern Nummer eins ist Butter Nummer drei ist dann irgendwo Käse und umgekehrt zum Beispiel Schweinefleisch ist besser vom Ränken her zumindest als Schokolade da muss man ein bisschen schauen so einfach ist es nicht so schwarz weiß ist es dann auch nicht Letzter Punkt hier noch an dieser Stelle wie schaut es aus mit Bio versus konventionellen Anbau was die CO2 Bilanz zumindest betrifft Bioprodukte sind so um die 5 bis 20 Prozent besser was die CO2 Bilanz betrifft teilweise gar nicht so dramatisch viel besser dennoch natürlich die richtige Strategie ja wir werden Ihnen ein paar Projekte vorstellen wo wir das Thema Nachhaltigkeit im Forschungsprojekt noch adressieren eines ist ein Projekt das die Verena Lasinger hier am Standort bearbeitet im Rahmen des schon erwähnten FOXI K1 Kompetenzzentrums wir beschäftigen uns mit den Wachstumsbedingungen des Kräuter seit links was ist die Ausgangssituation wir haben das Problem dass die Weltbevölkerung massiv wächst kontinuierlich seit vielen Jahren und damit auch der Nahrungsmittelbedarf steigt und auch die Produktion von Fleisch steigt weil man kann den Markt gar nicht den Bedarf gar nicht decken und Rennfleisch ist schlecht was die CO2 Bilanz betrifft aber auch Wasser ist ganz ein wesentliches gut nur ein kurzer Blick Weltbevölkerungs Zunahme bis 2046 auf 9 Milliarden geschätzt wenn man schaut auf der anderen Seite für 1 Kilogramm Rennfleisch braucht man 15.000 Liter Wasser zur Produktion im Gegensam das sind 700 Liter bei Äpfeln und da sind insgesamt natürlich die pflanzlichen Produkte schneiden hier viel besser als die tierischen warum etwa Eier beziehungsweise Hühner so viel besser als Rinder sind ganz einfach zu beantworten weil das maßgeblich eine Massenzucht ist und deshalb der Verbrauch von Flüssigkeiten eher noch niedrig ist das heißt aber nicht dass das so viel besser ist ja aus diesem Grund werden Flexitarier immer mehr sprich Menschen die aus verschiedenen Gründen den Fleischkonsum reduzieren möchten das hat natürlich ökologische Gründe wie ich erwähnt habe die Frage ist hat es auch gesundheitliche Gründe Ich habe da etwas kurz in der Literatur geschaut und ja die Sache ist zumindest was einzelne Krebsarten betrifft den Darmkrebs ziemlich eindeutig seit 2015 gibt es die WHO Empfehlung ist wahrscheinlich dass fleischreiche Ernährung das Darmrisiko erhöht da gibt es eine Metastudie aus 2018 im International Journal of Cancer und Darmkrebs ist die Nummer eins in Österreich ich habe das in Zahlen runter gebrochen mit jeder täglichen Extraportion von 100 Gramm rotem Fleisch erhöht sich das Krebsrisiko um 12 Prozent der Höglinger hat etwas erwähnt von 14 Gramm Fleisch das der Zielwert wären wo liegen wir im Moment wir liegen bei 140 Gramm im Durchschnitt dabei erkranken ungefähr 35 Personen von 1000 Männern im Laufe des Lebens am Darmkrebs ist bei Männern etwas höher als bei Frauen bei Männern die 100 Gramm mehr Fleisch essen sind 39 Personen die erkranken Personen die 100 Gramm weniger sprich 40 Gramm Fleisch zu sich nehmen sind es nur 31 Der Unterschied von 8 mag hier nicht so viel erscheinen das sind aber trotzdem immerhin bei 9 Millionen Österreicher die sprich 4,5 Millionen männlichen Österreichern entspricht es immer nur 16 000 Fällen und das ist natürlich eine Zahl die nur auf Darmkrebs bezogen ist es hat natürlich auch eine wichtige gesundheitliche Komponente die hier reinspielt der Kräuter Saitling als Fleischersatz Produkt Rohstoff eignet sich hier sehr gut er hat einen geringen Effekt und Energie Gehalt er ist reich in Ballaststoffen er hat auch potenziell bioaktive Inhaltsstoffe drinnen die unsere Gesundheit fördern und er hat was die Prozessierung betrifft eine faserige und fleischige Struktur die man für Produkte gut nutzen kann und insbesondere auch wenig Eigengeschmack man kann auch Produkte damit entwickeln die nicht nach Pilz schmecken oder wenig zumindest in Zusammenarbeit mit zwei Firmen optimist versuchen wir das Wachstum dieser Kräuter Seitlinge zu optimieren diese Kräuter Seitlinge wachsen auf Substraten wo Hackschnitzel und Stroh drinnen ist und man beimpft diese Substrate dann entstehen diese einzelnen Pilze im Ideal werden mehrere große weil händisch geerntet werden und natürlich hat die Substrat Zusammensetzung einen Einfluss auf den Ertrag das ist mal der eine Punkt und je größer und besser ernten diese Pilze sind je mehr das du wachst desto besser natürlich auch für die Produktion das muss sich auch auszahlen das heißt wir schauen dann insbesondere auf Strategien auch zur alternativen Nutzung nicht nur der Pilzrückstände sondern der Substrate die bleiben dann über und die Frage ist was macht man mit dem das nach Abernten überbleibt und die Möglichkeit ist dass man zumindest einen Teil wiederverwendet für die Pilzzucht die andere Möglichkeit ist wie schaut aus als eine Alternative zur Verbrennung und Kompostierung dass man einen Teil dieses Substrat auch für die Tierzucht hernimmt da laufen dann so Akzeptanz Versuche mit Rindern wie viel kann man in den Weimischen sodass die Rinder das noch akzeptieren also als Futtermittel Zusatz mögliche Applikationen wird man auch in der pharmazeutischen und der kosmetischen Industrie beziehungsweise für funktionelle Lebensmittel finden das Das dann der zugrunde liegende Nachhaltigkeits Kreislauf man hat das Substrat das aus unterschiedlichen Rohstoffen besteht unterschiedliche Holzsorten das kommt ja primär aus dem asiatischen Bereich Reisstroh ist bei uns kein regionales Produkt und das heißt wir suchen nach Alternativen um regionale Substrat Zusammensetzungen zu identifizieren wo man trotzdem perfektes oder zumindest optimiertes Pilzwachstum erwarten kann dass der Ertrag hoch genug ist und gleichzeitig suchen wir nach Strategien um diese Substrat Verpackungen zu verwerten zu können wie erwähnt entweder Teile davon wiederzuverwenden beziehungsweise als guter Mittel Zusätze zu verwerten Ein anderes Nachhaltigkeitsprojekt geleitet von der Bettina Schwarzinger beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit und der Verwertungsmöglichkeit von Trestern konkret hier von Apfeltrestern Apfeltrester oder Sinktrester generell sind feste Rückstände die beim Auspressen von Obst oder Gemüse oder anderen Pflanzen Bestandteilen überbreiten Sie das schaut dann so aus dass im Zuge der Saftproduktion die sehr festen Bestandteile überbleiben insbesondere Fruchtfleisch Anteile Schalen Steele Kerne Der Anteil des Dresters sind knapp 30% also ein relevanter Teil der bei der Saftproduktion überbleibt Bis jetzt wird ein Großteil davon kompostiert Es ist aber so in Österreich werden die Zahlen betrifft ungefähr 150.000 Tonnen Äpfel geerntet wenn man aus dem 50% Apfelsaft produziert dann bleiben knapp 20.000 Tonnen Abfall der nur als Tierfutter oder zur Kompostierung verwendet wird Die Frage gibt es nicht Alternative Verwertungsmöglichkeiten um das effizienter und nachhaltiger zu gestalten Dresta enthalten tatsächlich aber große Mengen an verschiedenen Zuckern Mehrfachzuckern Pektin hier der vielfach in der Industrie benötigt wird aber auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe Bioaktive und gesundheitsfördernde Substanzen so verschiedene polyphenolische Substanzen und im Zuge dieses Forschungsprojekts werden unterschiedliche Apfelsorten und ihre Träster auf die Inhaltsstoffe analysiert Es ist tatsächlich so dass allein in Oberösterreich 3000 verschiedene Apfelsorten gibt und die eignen sich natürlich unterschiedlich gut für die jeweiligen Applikationen für das Süßungsmittel als Ballaststoff als Substanz wie Spektin für die zur Süßung oder auch wenn es einen hohen Faser Anteil hat als Beiprodukt oder als Basis für biologische Verpackungsmaterialien ein großes und wichtiges Thema entgegen hat Wenn wir dann zum Beispiel schauen wir haben da zwei verschiedene Träster gehabt und der Unterschied ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe ist Träster A hat einen hohen Anteil ein Pektin von dieser Apfelsorte womöglich in der Schreuobstwiese und Träster B hingegen der Rohstoff liefert ein Träster wo fast überhaupt kein Pektin drinnen ist und je nachdem ist dann der Faser Anteil dann wieder unterschiedlich groß und man kann auf Basis dieser Ergebnisse dann entscheiden okay dieser Rohstoff ist eher wichtig für die Lebensmittelindustrie zur Süßung oder eher für die Verpackungsindustrie Das sind wichtige Erkenntnisse die bei der industriellen Produktion dann eine Rolle spielen Ja als nächstes Thema die ein wichtiges im Bereich der Bäckerei Industrie nämlich jenes um Schimmel zu identifizieren und zu charakterisieren und auf Basis der Ergebnisse Präventions Strategien zu entwickeln geleitet wird das ebenfalls im Rahmen eines Voxi-Projektes von der Nicole Hollinger in Zusammenarbeit mit Firmenpartnern Warum ist das relevant? Schimmelpilze und insbesondere Pilzsporen sind ein potenzielles Gesundheitsrisiko wie Sie sicher wissen und können verschiedenste allergische Reaktionen medizinische problematische Reaktionen verursachen Atemprobleme etwa und insbesondere das Problem der Mykotoxin bilden Sie kennen vielleicht das Mykotoxin das Aflatoxin die auch in geringsten Konzentrationen schon neurologische Probleme verursachen können Sie kennen sicher so verschimmeltes Brot wenn Sie das anschauen Sie sehen nur den Schimmel aber das ist nicht nur eine Schimmelart sondern meistens ist das eine wilde Mischung aus verschiedensten Schimmeln und insbesondere Bäckereiprodukte sind hier problematisch weil der Schimmel auch ins Brot reindringt und man den nicht einfach wegschneiden kann sondern im Prinzip ist dieses Produkt dann zu entsorgen wenn man jetzt versuchen möchte diese auf Basis diese Ergebnisse Vermeidungsstrategien zu entwickeln dann muss man zuerst einmal wissen worum handelt es sich das heißt ich brauche Möglichkeiten um diese Schimmel zu identifizieren das geht auf unterschiedlichste Art und Weise und man braucht die Ensemble Surium an mikrobiologischen beziehungsweise auch an molekularbiologischen Technologien das ist natürlich die Ausgangssituation so gewesen Sie kennen vielleicht so klassische Brotkörbchen die für den Backprozess genutzt werden das wird auch großtechnologisch nach wie vor so gemacht zur Fermentation beziehungsweise für den Backprozess dann und wenn man da im Detail reinschaut dann nach mehrfacher Nutzung also die Körbe die werden mehrfach genutzt man kann nicht aufgrund der Kosten nur einmal benutzen und oftmals ist es dann so dass sie hier so ein Belag bildet und das schaut weder appetitlich aus noch ist es vielleicht unbedenklich und auch wenn im Zuge der Produktion 140 150 Grad für den Backprozess da sterben zwar die Mikroorganismen ab aber womöglich nicht ihre gebildeten Sporen beziehungsweise Toxine und außerdem gibt es ja nicht nur den Konsumenten sondern es gibt ja auch den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen am Standort und auch hier ist es wichtig vorbeugend agieren zu können und um dem auf die Spur zu gehen müssen diese Pilze von den Rohstoffen kultiviert werden das passiert auf Basis von verschiedensten Nährstoff auf verschiedenen Nährmedien wo diese Pilze ausgestrichen und verdünnt werden und dann kommt so klassische Mikroskopie ins Bild und dann sieht man ja das Penicillium das Bilde zu Hüfen und das kann man vielleicht zuordnen aber anderes schaut ganz ähnlich aus und dann stellt man mit der Mikroskopie schnell mal an was kommt dann ins Spiel dann braucht man die Molekularbiologie und in dem Fall nehmen wir PCR um molekularbiologisch spezifische DNA-Fragmente zuzuordnen und auf Basis von Datenbankabgleich kann man dann zweifelsfrei auf Spezesebene diese Schimmel zuordnen was wir sehen PCR kann man auch für etwas anderes verwenden als für Corona-Tests wie sind es PCR-Tests in aller Hunde wir verwenden sie um Schimmel nachzuweisen es gibt auch noch etwas anderes Gott sei Dank auf die Welt ja also die Ziele sind die Identifikation der Schimmelarten im Betrieb einerseits in der Luft andererseits auf den Maschinen natürlich auf den Rohstoffen beispielsweise auf den Meelen beziehungsweise den entstehenden Produkten das ermöglicht es uns dann Strategien zu entwickeln in Zusammenarbeit mit den Firmen um eben Hygienemaßnahmen zu evaluieren und die Produktionsanlage zu optimieren und dadurch erreicht man auch eine Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bei gleichzeitigen Vorteil für den Konsumenten durch sichere Lebensmittel ja das letzte Thema das ich jetzt nur kurz ansprechen darf ist das Thema Nachhaltigkeit im Verbund mit Gesundheit ich habe es eingangs schon mehrmals erwähnt nachhaltiges Lebensmittel kann nur als solches gelten wenn es auch gesundheitsfördernd ist ein fair gehandelter Kaffee ist zwar nett wenn ich zehn Tassen Kaffee pro Tag trinke heißt das nicht dass das gesund ist ein brauner Zucker der bio ist ist genauso ungesund in großen Mengen wie ein nicht bio Zucker der in schwarzen Kalt getränkten verhandelt ist ja mit diesem Thema beschäftigen wir uns insbesondere am Josef-Ressl Zentrum für pflanzliche oder phytogene Wirkstoff Forschung das ist eines der Leuchtturmprojekte das ich hier am Standard leiten darf und es geht dabei um potenziell gesundheitsfördernde Wirkungen von pflanzlichen Inhaltsstoffen und das Thema das wir uns hier auf die Fahnen geheftet haben ist das Thema Diabetes und in Verbindung damit antidiabetische Lebensmittel warum Diabetes naja wir betreiben angewandte Forschung und angewandte Forschung heißt dass man irgendwie dafür auch Wirtschaftspartner braucht und man braucht natürlich auch Themen wo Firmen bereit sind zu investieren weil sie einen Markt dafür sind und salut formuliert Diabetes ist natürlich ein riesiger Markt wenn man das hier anschaut 2015 einer von elf Erwachsenen hat Diabetes 2040 Prognose einer von zehn das ist nur ein Unterschied aber das macht einen riesigen Unterschied hinsichtlich der zahlen aus und es ist außerdem ein globales Problem nicht nur in der westlichen Welt sondern insbesondere auch so wie man sagt in einer zweiten Welt insbesondere in Osteuropa aber auch im Nahen Osten wo viel Geld vorhanden ist aber wenig Bewegung betrieben wird worum geht es bei Diabetes das wissen sie sicher brauche ich nicht viel sagen es es geht um die Regulation des Blutzuckerspiegels reguliert durch Insulin und seinen Gegenspiegelspieler Flucagon wenn sie Kohlenhydrate zu sich nehmen dann steigt der Blutzuckerspiegel Insulin wird ausgeschüttet über die Bauchspeicheldrüse und das führt dazu dass dann Insulin Glukose in die Zellen im Muskel und Fettgewebe eingelagert wird dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel Flucagon wird ausgeschüttet und der Blutzuckerspiegel steigt dadurch wieder in dem Hunger das Hungergefühl kommt das wäre die gesunde Situation wie schaut es in pathogenen Situationen bei Diabetes aus die Regulation über Insulin ist so dass nach Ausschüttung von Insulin Insulin an seinen Rezeptor bindet an Muskel und Fettgewebe dadurch wird diese Zelle aktiviert und transportiert den Blutzucker von außen nach innen und wenn außen weniger vorhanden ist und innen mehr dann sinkt dadurch aus der Blutzuckerspiegel bei Typ 1 Diabetes ist es jetzt so dass zu wenig Insulin produziert wird das betrifft allerdings nur knapp 10% der Diabetiker und ist nicht im steigenden Griffen sondern insbesondere das Typ 2 Diabetes oder auch bekannt landläufig als Alters Diabetes obwohl es überhaupt nicht nur ältere Personen mehr betrifft sondern oftmals auch jüngere das ist die Situation wo sehr wohl Insulin produziert wird aber trotzdem der Blutzuckerspiegel nicht mehr so stark sinkt weil entweder der Insulin Rezeptor defekt ist oder einfach die Signalkaskade in diesen Zellen schlechter funktioniert dann bleibt der Blutzuckerspiegel einfach höher man spricht hier von Hyperglykämie und der Körper reagiert dann drauf es schüttet vermehrt Insulin aus kommt zur Hyperinsulin das funktioniert aber nur eine begrenzte Zeit und irgendwann treten die Symptome auf und die Symptome kennt man das sind im Prinzip so Gefäßerkrankungen Mikroangiopathie ist Angio als Blutgefäß betreffen und in den Augen beziehungsweise in den Nieren und Makroangiopathie in den Gefäßen und vielleicht als Klassiker das Diabetische Fußsyndrom was durch Blutumstörungen kommt und dann eben ganze Gliedmassen oder zumindest Zähne etc. amputiert werden müssen aufgrund einer schlechten Durchblutung die Gemeinheit dabei ist dass eben diese lange ein chronisch erhöhter Blutzuckerspiegel unbemerkt bleibt und keine Probleme macht weil der Körper das mit mehr Insulin ausgleichen kann welche Behandlungstherapien hat man die Klassiker das klingt sehr einfach Verhaltungsänderung Bewegung Gewichtsreduktion Behandlung über Insulin dann gibt es verschiedenste Medikamente die unterschiedliche Nebenwirkungen haben und dann gibt es natürlich auch pflanzliche Wirkstoffe und es geht glaube ich hier nicht so viel nicht so stark um die Behandlung sondern vielmehr um die Prävention und hier bieten pflanzliche Wirkstoffe aufgrund ihrer trotzdem geringeren Spezifität große Vorteile kennen vielleicht den Spruch von Hippokrates die Lebensmittel sind die Medizin und die Medizin sind eure Lebensmittel Neumodern würde man sagen man isst was man isst und wenn man weiß wie man sich ernährt um bestimmte Probleme zu adressieren dann hat man großen Vorteil die Motivation dahinter ist es gibt tausende Pflanzenarten die potenziell physiologisch medizinische Wirkungen haben Tatsächlich ist aber nur ein Bruchteil der wissenschaftlich beziehungsweise pharmazeutisch auch belegt ist Umgekehrt gibt es 60 bis 70 Prozent aller Arzneimittel die gegenwärtig am Markt sind leiten sich ursprünglich von natürlichen Substanzen zusammen etwa das Morphin Morphin ist das Opium aus dem Schlafmohn etwa das natürliche Substanz oder das Taxol aus der Rinde der Pazifischen Eibei das ist Krebs Zytostatikum das eben in der Krebstherapie eingesetzt wird oder jeder von uns nimmt immer wieder mal Acetylsalicylsäure stammt ursprünglich aus der Weidenrinde die Salix sind alles ursprünglich natürliche Substanzen oftmals dann in unterschiedlich oder leicht chemisch modifizierter Form appliziert Unser Anspruch oder unser Ziel ist es die Aufnahme von Glucose über den Darm also intestinal heißt den Dünndarm betreffend zu reduzieren das heißt wenn weniger Glucose aus dem Darm im Blutkreislauf gelangt dann steigt der Blutzuckerspiegel weniger stark das Ganze funktioniert so man hat hier die Darm Zellen das wäre der Darm Inhalt wo der Nahrungsbrei vorbeitransportiert wird mit den Kohlenhydraten auf der anderen gegenüberliegenden Seite dieser polarisierten Zellen aber die Blutgefäße und da gibt es spezifische Transporter für die unterschiedlichen Kohlenhydrate etwa Glucose und Fructose und wir suchen jetzt nach Substanzen die spezifisch den Transport von Glucose oder Fructose in diesen Zellen inhibieren um so eine reduzierte Glucose Aufnahme und damit einen geringeren Blutzuckerspiegel Anstieg zu realisieren Wie geht das Ganze Man kann nicht direkt am Tier oder Menschen probieren sondern man braucht einfach In-Vitro Modelle Das machen wir mit Zellen Modellen wo Tarnzellen auf Oberflächen wachsen lassen und dann einfach schauen wie gut wird Glucose über diese Zellen transportiert und auf diese Art und Weise haben wir unterschiedliche pflanzliche Wirkstoffe identifiziert oder Extrakte die hier funktionieren etwa ein Extrakt aus Grafefrüchten und Blättern hat sich als effizient herausgestellt auch Apfel Extrakte funktionieren das funktioniert in Vitro die Frage funktioniert das in höheren Säugetieren etwa auch dann haben wir Mäuse mit diesen Extrakten konfrontiert also einen oralen Glucose Toleranz Test die Mäuse machen das zwar nicht freiwillig aber trotzdem es funktioniert und dann haben wir geschaut inwieweit wie weit ändert die Zugabe dieses Extrakt den Anstieg des Blutzuckerspiegels das ist die Kontrolle ohne Extrakt und zwei verschiedene Extrakte Sie sehen dass nach 30 Minuten der Glutzuckerspiegel viel weniger stark ansteigt als bei der Kontrolle also es funktioniert auch in Mäusen und wenn man sich jetzt die nötigen Entwicklungsschritte am Beispiel dieser Guafe Extrakte anschaut etabliert haben wir diese Systeme irgendwie 2014 2015 dann haben wir einen großen Screen durchgeführt um verschiedenste Extrakte zu testen und sagen wir irgendwie drauf kommen ja Guafe das schaut ganz gut aus dann haben wir das im Detail validiert zusammen mit dem Firmenpartner patentiert und schließlich publiziert und ich habe gesagt das funktioniert bei der Maus vor zwei Jahren haben wir dann eine klinische Studie am Menschen auch durchgeführt und auch hier hat sich gezeigt dass diese Reduktion der intestinalen Glucoserexistration tatsächlich funktioniert und in den letzten ein zwei Jahren haben wir uns dann hauptsächlich um die großtechnische Herstellung gekümmert das heißt wie bekommt man ausreichend gute Rohstoffe damit man dann ein funktionelles Lebensmittel herstellen kann das tatsächlich auch hier seine Wirkung enthalten kann und in ausreichender Menge zur Verfügung steht gut gut ich hoffe wir haben jetzt einige Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte hier am Standort geben können und gerne beantworten wir jetzt Ihre Fragen dazu Ja es gibt einige Fragen möchte mit der Lebensmittelproduktion beginnen sollte der Weg nicht eher in die Richtung weniger prozessierte natürlichere Produkte gehen Julian beantworte ich man muss jetzt so sagen natürlich ist es eine Möglichkeit aber man darf eines nicht unterschätzen dass gerade auch die Prozessierung von Lebensmitteln dazu geführt hat dass wir uns dorthin entwickelt haben wo wir heute sind zum Beispiel Braten von Fleisch Kochen von Fleisch und so weiter in vielen Fällen macht das Prozessieren auch Inhaltsstoffe von Lebensmitteln wesentlich besser verfügbar also da gibt es jetzt auch nicht den Schwarz Weiß natürlich ist auch Naturkost gut und auch anwendbar aber man sollte nicht vergessen auch Prozessieren führt dazu dass Lebensmittelinhaltsstoffe besser verfügbar werden gerade ganz wichtig gewesen für die Gehirnentwicklung des Menschen Danke zwei Fragen zum In-Vitro Fleisch gibt es Unterschiede bei der Kühlkette von In-Vitro Fleisch bei der Lagerung bei der Tiefkühllagerung zum Beispiel und ist es zu erwarten dass es für In-Vitro Fleisch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung gibt Das mit Akzeptanz ist natürlich die schwierigste Frage zu beantworten das wird man sehen aber in Bezug auf die Herstellung muss man ganz klar sagen dass die technologischen Voraussetzungen da sind und die Kühlketten sind im Endeffekt dieselben weil das Produkt die Zelle die auch jedes Fleischstück besteht aus zig Millionen Milliarden Zellen das ändert sich nicht und auch die Verderblichkeit ändert sich nicht das heißt im Endeffekt habe dieselben Kühlketten oder dieselben Anforderungen Richtung Akzeptanz da muss man immer eines sagen solche Dinge ändern sich sehr schnell denkt man an vegane Produkte die waren vor vielen Jahren nicht oder schwer akzeptiert heute ist ein gängiger Trend denken Sie an Milchersatz Produkte oder Pflanzen Milch muss man sagen ist das heute ein Standard Produkt vor zehn Jahren hat das kaum jemand gekannt schwer vorauszusagen aber ich denke schon vielleicht ein Wort zum In-Vitro Fleisch was die Akzeptanz betrifft wird ein wesentliches Kriterium wird natürlich der Preis sein da ist die Frage inwieweit man mit den Kosten hier runter kommt vielleicht zur Veranschaulichung der erste In-Vitro Burger der verfügbar war die Kosten dieses Bürgers lagen bei 250.000 Dollar und mittlerweile haben wir die Kosten zumindest so weit senken können aber man ist immer nur im vierstelligen Dollar Bereich und das wird die entscheidende Frage inwieweit man diese nötigen Kosten runterbringen kann damit das Ganze profitabel wird und das wird sich dann erst zeigen eine aktuelle Frage noch dazu inwieweit ist die Herstellung dann überhaupt ethisch vertretbar von In-Vitro Fleisch ich würde sagen ohne ein Ethik Experte zu sein ich sehe da keine Probleme Zellen züchten wir permanent also ich sehe da keine ethischen Probleme Okay eine andere Frage ist was ist ihre Einschätzung zu Hydroponik in Österreichs Ernährungs Zukunft Könntest du nochmal den Begriff nennen Hydroponik ein Automat ein zur Produktion von Pflanzen pflanzlichen Rohstoffen Lebensmitteln Okay Na ja ich ein bisschen kenne ich dieses Thema ich würde sagen es wird gewisse Anwendungen finden sage ich im Bereich der Küche es gibt heute Systeme wo man solche Pflanzenschränke in Küchen installieren kann wo man sich seine Kräuter heranzüchten wird das ist sicher ein Nischen Bereich und diese Produkte gibt es bereits am Markt Das spielt ja auch das Thema Urban Farming spielt hier mit rein und es sind sehr wohl Themen die vermehrt in Zukunft aufkommen werden nicht zuletzt aufgrund des Umstands dass primär die urbanen Gebiete zunehmen und immer mehr Leute auf geringerer Dichte zusammenleben und deshalb wird es auch die Produktions Voraussetzungen ändern und so Kleinstgärten und Hydroponik ist ja auch nichts anderes als das wird auch da seinen Beitrag leisten können denke ich Danke Können Sie mehr über die Anwendung von Hochspannungsimpulsen in der Lebensmitteltechnologie sagen Ist das eine vielversprechende Zukunftstechnologie Also die Technologie die ist sozusagen im Pilotmaßstab Pilotmaßstab heißt also ich würde sagen jetzt einfach ein bisschen Größenordnung 100 Liter vielleicht 500 Liter in diesen Maßstabs Bereichen wird die Technologie eingesetzt Es ist nicht sonder als dass man Hochspannungsimpulse durch das Lebensmittel durchschickt und das ist eine Art Energie und das führt einfach dazu dass Mikrobielle Zellen abgedötet werden Ist also eine Möglichkeit um zur Entkeimung zu führen Aber ist in viele dieser Technologien muss man sagen auch zum Beispiel High Pressure und so weiter sind jetzt nicht im ganz großen Stil wobei so Hochdruck Technologien schon weiter verbreitet sind aber im Pilotmaßstab sind sie verfügbar Dann haben wir einige Fragen im Gesundheitsbereich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und der richtigen Ernährung Also ich vielleicht sage ich das ist diese berühmte Blutgruppen Diät aber die ist glaube ich wissenschaftlich nicht haltbar Gibt es Forschungsprojekte zum Thema entzündungshemmende Ernährung Lebensmittel Julian ich glaube das ist dein Thema Ja die gibt es definitiv weil natürlich der Darm oder das äntterische System per se insbesondere der Dünndarm ein großes Immunorgan ist wenn man die Darmwand hernimmt hat man viele eingelagerte Immunzellen drinnen weil natürlich über den Speisebrei eine große Anzahl an potenzieller Pathogene reinkommt und man sucht zum Beispiel bei uns in Forschungsprojekten nach Substanzen die die Barriere der Darmwand stärken sodass keine Pathogene unkontrolliert durch die Darmbarriere kommen können und so auch in der Folge es zu Entzündungen kommt das heißt anti-inflammatorische Wirkung von pflanzlichen Inhaltsstoffen ist ein ganz zentrales Thema und ein ganz wichtiges Thema das wir sowohl für die menschliche Ernährung aber insbesondere für die tierische Ernährung untersuchen Danke Was halten Sie von Mandelmilch beziehungsweise Kuhmilch hinsichtlich der Inhaltsstoffe? Vielleicht antworte ich hier ein Aspekt der immer eingebracht wird sind diese gesundheitlich bedenklichen Aspekte der Milch darüber gibt es eine klare wissenschaftliche Meinung zumindest in Meta-Analysen Milch ist ein gesundes Lebensmittel es gibt natürlich diese Aspekte wenn sie es massiv übertrinken sage ich in dem Fall das heißt wirklich viel trinken dann gibt es sehr schwache Assoziationen mit bestimmten Krebsarten zum Beispiel Prostatkrebs wobei man sagen muss äußerst schwache Korrelationen die da vorhanden sind das ist so ja das ist zu Milch zu sagen Mandelmilch das sind nicht pflanzliche Milch die enthalten also andere Substanzen ich möchte vielleicht sagen zum Beispiel ein Beispiel ein Thema wo sie immer kommt ist Hormone nicht zu vergessen es gibt auch pflanzliche Hormone Isoflavone zum Beispiel die also auch in Sojamilch vorkommen also dieses Thema ist auf beiden Seiten vorhanden aber wie ich gesagt habe die Meta-Analysen zeigen ein sehr klares Bild Warum ist der Trend der veganen oder vegetarischen Ernährung in den Ländern des Nordens aktueller und bei uns im Süden nicht so sehr Ich glaube es gibt einer der Gründe es gibt eine sogenannte Nordic Diät das ist eine sehr pflanzlich orientierte Diätform aber da bin ich jetzt auch nicht so belesen und das könnte ein Grund sein warum in Nordländern das schon besser verbreitet und vorhanden ist Was sagen Sie zur eventuell esoterischen Detox Welle Bitte Detox ist im Prinzip einfach ein salopp geführter Begriff der gerne von der Industrie aufgegriffen wird um Themen die ursprünglich oder anders geheißen neue aufzubereiten Detox also Entgifter also diese klassischen Detox Drinks die sie am Markt gibt und Detox Produkte insbesondere in der Kosmetik Schiene die gibt es aber entgiftend direkt wirkende davon wird wenig sein es macht natürlich Sinn pflanzliche Inhaltsstoffe zuzuführen und es gibt gezielt auch Substanzen die Leber Funktionen stärken und Leber ist natürlich für die Entgiftung das primär entscheidende Organ aber es ist natürlich ein Trend auf den viele aufspringen und in dem Fall auch zum entsprechenden Umsatz führt aber mehr ist es meiner Meinung auch nicht Eine Frage ist nur zum veganen Lebensstil gekommen eine aktuelle ist es überhaupt durchführbar ohne zusätzliche Aufnahme von Ergänzungsmitteln oder Präparaten Man muss jetzt so sagen natürlich ist es gibt hier auch Ernährungsempfehlungen zum Beispiel vegane Ernährung also nicht bei Säuglingen Kleinkindern und so weiter einzusetzen man muss sicher im Bereich vegane Ernährung sehr konsequent an der Auswahl der Lebensmittel arbeiten ein großes Thema ist natürlich Vitamin B12 da wird ganz klar empfohlen das zu supplementieren bei anderen ein dem ist zum Beispiel Proteine da ist eher die Empfehlung dass die die vegan leben wirklich darauf achten dass sie die entsprechenden Proteinquellen haben ein anderes Thema ist noch Eisen das ist ein bisschen strittig ob man hier supplementieren muss oder nicht aber der wesentliche Punkt ist sich sehr genau zu überlegen was man hier ist vielleicht noch ergänzend dazu das Thema der Supplementierung ist nicht nur eines das vegane Ernährung betrifft sondern es ist eine die gesamte Bevölkerung betrifft Vitamin B12 ist ja stimmt die Liste an unterrepräsentierten Vitaminen ist aber lange etwa haben wir in Österreich eine Unterversorgung an Vitamin D insbesondere im Winter von 90 und natürlich kann man durch gezielte Ernährung es auch zusammenbringen dass man den Vitamin D Spiegel anhebt aber es ist in unseren Breiten Graden nicht so einfach gerade im Winter Vitamin D ist nur in wenigen Lebensmitteln in einer namhaften Größe verhandeln Sie können Champignons essen damit Sie den Vitamin D Spiegel abdecken können müssen Sie ungefähr 1,4 Kilo Champignons pro Tag essen oder 2,3 Kilogramm Lachs ja und wenn keine Sonne zur Verfügung ist dann können Sie sich leicht ausrechnen inwieweit es zu einer Unterversorgung kommt und gerade Vitamin D und auch Vitamin K sind sehr wohl Vitamine die insbesondere für ein funktionierendes Immunsystem von zentraler Bedeutung sind Danke eine Frage zu den Fischen wird heimischer Fisch als wertvolle Quelle für Omega 3 Fettsäuren an Bedeutung gewinnen ich glaube da kann man auch nur wenn man sich die Initiativen anschaut man versucht man versucht also sehr wohl auch diese Fischproduktion anzukurbeln ja ob wir damit den Markt decken können das kann ich jetzt nicht sagen dazu kenne ich diesen Markt viel zu wenig aber man versucht auch ich bin zum Beispiel wir arbeiten auch in einem Projekt mit Garnelen auch diese Dinge versucht man immer heimisch zu produzieren natürlich auch immer mit diesem Argument der Regionalität aber ich denke es wird zunehmen vielleicht in Ergänzung dazu es ist ich denke dass wir den Hauptprodukten am österreichischen Markt mit den Fischen die heimischen Fischen die prima am Markt sind wird es nicht so einfach möglich sein weil insbesondere die Salmoniden Süßwassersalmoniden bei uns nicht den nötigen um in der 3 Gehalt aufzuweisen wie das Fettfische aus dem Meer wenn dann über so wie es der Hüchlinger Ansprach hat über Garnelen die Süßwasserkarnelen die Alternative wäre auch vegane Quellen sprich Süßwasseralden die für die Omega 3 Fettsäure Produktion herangezogen werden und das wird teilweise auch schon gemacht regionaler Fisch ja ob er den Bedarf an Omega 3 und Omega 3 Fettsäure entdecken kann in der Form wie es Meeresfische fette Meeresfische können das bezweifelt ich Julian gleich eine Frage an dich zur Forschung wurde bei ihrer Studie mit den Pflanzen pflanzlichen Stoffen die die Saccharide binden sollen und nicht nur durch den Dünndarm lassen und überprüft auch überprüft was mit den Zuckern passiert die dann weiter zum Tick dran kommen werden die Bakterien diesen umbauen oder abbauen ist eine exzellente Frage grundsätzlich ist es so wenn sie den intestinalen abschnitt die zucker resorption so inhibieren dass ganz wenig zucker absorbiert wird dann gelangt er natürlich in den Dickdarm und wird durch das Mikrobioma verstoff wechselt werden was zu einer zunahme der gasbilder führen würde das ist aber der vorteil an pflanzlichen wirkstoffen dass die effizienz geringer ist als bei pharmazeutischen reinsubstanzen und wir haben eine reduktion der blutzucker aufnahme bei der höchsten konzentration des extraktes in der größten ordnung 30 bis 40 prozent gehabt und es hat keine probleme zumindest bei diesen probanden die wir gehabt haben hinsichtlich der verdauern geben man wird aber in einem finalen produkt hier nicht so sehr auf so hohe konzentrationen gehen sondern das ziel wird eher sein präventiv gering die zucker aufnahme zumindest zu reduzieren nicht komplett einzuschränken und das ist eben der vorteil dieser natürlichen extrakte und deren inhaltsstoffe danke es gibt einige fragen zu den insekten ist es zukunftsträchtig die insekten auch in der nutztier fütterung einzusetzen ja das ist also ich kann jetzt nur sagen themen die momentan sehr stark diskutiert sind ich habe gesagt fisch ist eine anwendung garnelen ist eine anwendung hühner futter ist eine anwendung überall dort wird man diese diese produkte einsetzen ob sie zum beispiel in der schweinemast eingesetzt werden kann kann ich nicht sagen aber es ist proteinreich und ich kann mir durchaus vorstellen dass dort supplementiert wird mit diesen proteinen ja und die sache die am meisten also forciert wird das ist die schwarze soldaten fliege und zwar speziell also hier die made die kann man die hat also ein sehr gutes protein fetts profil verteilung und deshalb kann man daraus eine vielzahl von produkten machen aber hühner und fisch und garnelen das sind dinge die konkret bearbeitet werden danke und noch eine frage die aus fahrsicht auch ganz interessant ist nachdem die fahr sehr viel fahr bier braut wie sieht die co2 bilanz von bier aus ich habe es schon gesagt für die produktion von 1 kilogramm getreide braucht man wird 0,75 kilogramm co2 freigesetzt und das ist im vergleich zu rindfleisch ungefähr 20 mal besser das ist die frage was man mehr konsumiert davon manche konsumieren mehr rindfleisch als bier oder umgekehrt aber ich glaube man kann das jetzt nicht unterbrechen danke es gibt zurzeit keine weiteren fragen ja wenn es dann keine weiteren fragen mehr gibt dann möchte ich mich sehr sehr herzlich bedanken auch dass sie so lange ausgehalten haben gerade in einer zeit wo man ja auch wirklich lange vor den computer setzt noch einmal sehr herzlichen Dank dafür möchte auch noch einmal darauf hinweisen es gibt auch ein Studium wo man all das lernen kann wenn vielleicht jüngere vorhanden sind Lebensmittel Technologie und Ernährung wo all diese Aspekte ja diese Vielfalt die wir aufgezeigt haben von der Technologie über Ernährungsaspekte sehr intensiv bearbeitet werden und noch einmal herzlichen Dank und ein Wiederhören von meiner Seite